Am 3.2.2024 gegen 16.50 Uhr wurde die Berufswahl bei Bonn zu einer Person in Notlage hinter verschlossener Tür in die Langgasse alarmiert. Der Zugang wurde geschaffen und die Person mit Polizeibekleidung in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren das Tank für Fahrzeug 1, ein Rettungswagen und ein Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.